Dass die Zentralbanken sich täuschen bei den Inflationsprognosen, ich glaube, das sind wir uns inzwischen alle gewöhnt. Das ist schon spannend, dass wir plötzlich nicht mehr die Insel der Seligen sind mit der ultratiefen Arbeitslosigkeit. Wir haben aktuell eine höhere Arbeitslosigkeit als in Deutschland. Meine Lösung für das Problem wäre, die Bilanz abbauen, und dann ist das eh kein Thema mehr. Möglichst keinen Gewinn mehr machen. Nein, einfach nicht in diesem Umfang. Dann interessiert das gar nicht mehr, wie es politisch kein relevanter Betrag ist. Herzlich willkommen zur Börsenstraße 15. Heute reden wir über die heutige Zinssenkung vor Nationalbank und die Zinssenkung vor FED von letzter Woche. Wie geht das weiter und was bedeutet das für Leute mit einer Hypothek? Dann reden wir über Thomas Jordan. Er tritt Ende September ab als SMB-Präsident. Wie wird er in Erinnerung bleiben? Und wir reden noch kurz über die Idee von Avenir Suisse. Sie wollen die Gewinne von Nationalbank neu direkt an die Bevölkerung verteilen. Ist das eine gute Idee? Mit mir diskutiert wie immer die Alexandra Janssen, CEO bei ECOFIN Portfolio Solutions. Ich bin der Fabio Kanetsch, Dozent, Journalist und Geldökonom. Ja, Alexandra, eine weitere Zinssenkung von Nationalbank runter auf 1%. Was heisst das jetzt für Leute mit einer Hypothek, die baut, lieber eine Festhypothek, lieber eine Saron-Hypothek? Was ist dein Tipp? Ich denke, die meisten, die sich das überlegen, etwas zu bauen oder zu kaufen, werden sich freuen. Ich glaube aber, es ist wichtig zu wissen, der Hypothekenmarkt ist wie der andere Markt, auch ein Markt, wo Erwartungen ganz entscheidend sind. Das heisst, die Erwartungen von den Banken, aber auch von diesen Leuten, die Häuser bauen. Und man hat das ja erwartet, dass die SMB das heute macht. Das heisst, das ist zum grössten Teil schon eingepreist. Da gibt es jetzt also nicht irgendwie eine grosse Veränderung. Es ist schwierig, da zu profitieren, wenn man nicht eine Glaskugel hat, die man in Zukunft reichen lässt. Glaskugel wäre immer praktisch auf den Finanzmarkt. Das ist natürlich so. Und du sagst, die Festhypotheken sind ja schon günstiger geworden, weil man gemerkt hat, die Zinsen kommen früher oder später auch wieder runter. Die sind hoch bis letztes Jahr und dieses Jahr haben sie angefangen, wieder runter zu kommen. Aber die Zinsenhypothek wird natürlich jetzt unmittelbar günstiger. Für diese Leute ist das eine gute Nachricht. Das stimmt. Man muss auch sehen, auf der Gegenseite haben wir Immobilienpreise. Und wenn es natürlich günstiger wird, um Immobilien zu finanzieren, dann steigen auch die Immobilienpreise. Also auch da wieder, es ist no free lunch. Es ist da Arbitrasch zu machen. Das ist, würde ich mal meinen, unmöglich. Unter dem Strich zahlen wir dann halt gleich viel für das Haus. Wir zahlen einfach mehr für das Haus, dafür weniger für die Hypotheke. Aber du, für mich ist das überhaupt kein Problem, weil ich bin nicht dran, ein Haus kaufen. Ich habe auch keine Hypotheke. Ich bin eigentlich gar nicht so nah dran. Aber ich kriege natürlich immer wieder Anfragen von Kolleginnen und Kollegen auch Fragen. Hey, wie geht es jetzt weiter? Ob ich dich erinnere? Klar, immer wieder. Und ich sage immer das Gleiche, dass ich es auch nicht weiss. Aber ich glaube, das Wichtige ist auch das eigene Risikoprofil kennen. Kann man das Risiko von einer Saran-Hypotheke tragen? Und wenn ja, in welchem Umfang? Oder überlädt man das Risiko gescheitert der Bank? Ich glaube, das sind die relevanten Fragen. Das Voraussagen kann eh niemand. Das ist lustig, ich sage es auch genau das Gleiche. Und jetzt haben wir es mal aufgenommen. Jetzt können wir den Leuten einfach sagen, sie sollen die Erfolge da rausnehmen. Genau, sehr gut. Abgehandelt. Du, aber reden wir über die Nationalbank. Die, die die Zinsen noch einmal gesinkt, um 25 Basispunkte, um 0,25 Prozentpunkte. Und begründet hat es das mit der tiefen Inflation. Die ist nur noch 1,1 Prozent. Perfekt in der Mitte vom Zielband. Das Zielband ist ja 0 bis 2. Und auch ganz spannend, die Inflation, wenn man die Mieten herausrechnen würde, ist es nur 0,4 Prozent. Also der Inflationsdruck ist wirklich tief. Und auch die Inflationsprognose wahnsinnig korrigiert wurde danach ab. Also der Lukas Hessig war an der Pressekonferenz von Nationalbank und hat gesagt, sie haben sich ja ziemlich verhauen, Herr Jordan, bei dieser Inflationsprognose. Noch vor drei, vier Monaten haben sie gesagt, sie werden 1,1 Prozent sein nächstes Jahr. Immer noch 1,1 Prozent. Jetzt denkt Herr Jordan selber, sie wird schon viel tiefer sein nächstes Jahr. Also alles sieht gut aus und völlig berechtigte Zinssenkung. Ja, also ich meine, dass Zentralbanken sich täuschen bei den Inflationsprognosen, ich glaube, das sind wir uns inzwischen alle gewöhnt, oder? Das ist das, was immer wieder passiert. Ich glaube, da hat es auch viel mit Kommunikation zu tun. Dass die SMB sagen will, wir können die Zinssenkung erlauben. Ich bin da halt einfach kritisch, weil ich glaube, die Inflation ist schon relativ tief. Das ist so. Aber das ist momentan vor allem auch betrieben durch die importierten Waren und Dienstleistungen. Und das heisst, im Inland ist die Inflation nicht extrem tief, oder? Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Und das andere ist, wenn wir einfach auf die Zinslandschaft schauen, langfristig haben wir Zinsen von 0,5 und eine Inflation oder Inflationserwartung auch seitens SMB, die in einem ähnlichen Bereich liegt. Das heisst, wir sind schon wieder in einem Zustand, wo der Realzins mehr oder weniger Null ist. Und das ist aus meiner Sicht einfach kein normaler, kein guter Zustand. Und darum ist mein Eindruck, wir sind eigentlich immer noch nicht in einer Zeit einer normalisierten Geldpolitik. Aber ich nehme an, du siehst das anders. Du findest die Zinssenkung super. Hättest du sogar um 0,5 gesendet? Nein, nein, ich hätte auch nicht 0,5 gesendet gemacht. Das war eine grosse Diskussion, ob sogar der grosse Schritt machen würde, das Fett gemacht hat letzte Woche. Deshalb werde ich jetzt auch klein gemacht. Und ich bin froh darum. Ich glaube, so steady hands, so langsame Zinssenkungen, das ist the way to go. Die Frage ist für mich einfach, wenn du die Zinsen aufbringst, Realzinsen, jetzt wieder plus minus 0 Prozent, wieso wissen wir, ob das komisch ist oder nicht komisch ist? Und ich denke immer, es lohnt sich eben, auf die Inflation zu schauen und auf Inflationsprognosen trotzdem zu schauen. Die SMB-Staffers, die sind ja wirklich gut. Die meinen auch nichts anderes als Inflationsprognosen. Und die sagen, gegeben, wir haben einen Leitzins von einem Prozent, käme die Inflation noch weiter, aber noch weiter, als wir ursprünglich gedacht haben, in den unteren Bereich des Zielbandes. Und darum denke ich, es ist absolut richtig, die Zinsen zu senken. Ja, eben, gemäss Prognosen, oder? Traust du denn den Leuten nicht, Alexandra? Hast du das Gefühl, die geht wieder auf 2, 2,5, 3 Prozent rauf? Nein, nein, das wäre auch wieder eine Prognose. Ich glaube, das ist ganz schwierig. Aus meiner Sicht gibt es einen realen Blick auf die Wirtschaft. Und ein Realzins in einem produktiven Land, der muss irgendwie positiv sein. Sonst ist irgendetwas komisch. Und wir laufen schon wieder aus meiner Sicht auf eine Situation zu, wo dem nicht so ist. Und das stimmt mich einfach kritisch, weil es für eine nicht normalen Welt, wir uns befinden, respektive uns herbewecken. Aber du musst doch irgendwie messen können, ob es normal ist oder nicht. Und ich sage, wenn es null Realzins ist und die Inflation noch weiterfällt, ja, dann ist er offensichtlich halt restriktiv. Dann ist er aber nicht expansiv. Er ist nicht einfach nur expansiv, weil er null ist. Er ist eben auch restriktiv, auch wenn er null ist, weil wir sehen, dass mit null Realzins die Inflation weiter runterkommt. Ich vertraue mehr auf die Zahlen des Märzins als auf die Prognosen von Ökonomen. Das ist gut. Da bist du ja näher dran. Das stimmt. Ich bin ja auch der theoretische Makroökonom und du schaffst nach dem Finanzmarkt. Das ist schon wieder eine andere Perspektive. Aber kommen wir eben noch, wenn wir es gerade davon haben, über die Realwirtschaft oder auch dort. Arbeitslosigkeit ist natürlich ein Thema in den USA, ein Riesenthema schon länger. Oder wie geht es der Wirtschaft? In der Schweiz sehren alle Arbeitslosigkeit ultra tief und werden immer die berühmten 2,4% zitiert vom BFS, von der regionalen Arbeitsvermittlungsstelle. Aber es gibt noch eine andere Arbeitslosenzahl in der Schweiz, die international vergleichbar ist. ILO heisst die. Dort sind auch Leute drin, die ausgesteuert sind, die schon sehr lange arbeitslos sind, zum Beispiel. Und die ist wie ungefähr 4%, unspannend, höher als in Deutschland. Also das ist schon auch spannend, dass wir plötzlich nicht mehr da die Insel der Seligen sind mit der ultra tiefen Arbeitslosigkeit. Wir haben aktuell eine höhere Arbeitslosigkeit als in Deutschland. Ich glaube, die Insel der Glückseligen sind wir schon lange nicht mehr oder vielleicht auch noch nie gewesen. Schwierig zu sagen. Aber ich glaube, für die Inflation finde ich wichtig, dass du gesagt hast, im Gegensatz zum FED, hat die SMB keine Dual Mandate. Sie hat eindeutige Preisstabilität, das Mandat natürlich unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung. Also die Konjunktur… Darf man so hart kämpfen dafür, dass das im Gesetz gestanden ist, der Nebensatz. Und die Arbeitslosigkeit ist natürlich ein Indikator, wie es zur Konjunktur geht in der Schweiz. Ist halt einfach auch ein sehr verspäteter, ein Lagging Indicator, oder? Ja, das stimmt. Und ich glaube schon auch, dass die Aussichten für die Konjunktur in der Schweiz verhalten sind und in Deutschland deutlich schlechter als bei uns. Aber man sagt ja immer so schön, wenn Deutschland eine Grippe hat, dann hat die Schweiz mindestens auch eine Verkältung. Und ich glaube darum auch, das, was rund um uns herum passiert, mit unseren wichtigen Handelspartnern, das ist für die Schweiz, gerade für die Exportwirtschaft, von grosser Bedeutung. Und da bin ich jetzt auch nicht sonderlich positiv, was die Situation angeht. Ja, es ist sicher ein Fakt, wo momentan dreispielt, vermutlich auch bei der SMB. Ich glaube, die Dynamik ist noch nicht so wahnsinnig besorgniserregend. Die Veränderung von dieser Arbeitslosigkeit ist noch nicht wahnsinnig steil. Wir kommen dann in die USA noch einmal drauf, wenn wir über das Fett reden. Dort steigt die Arbeitslosigkeit eben schon deutlich in der Schweiz nicht. Und das Niveau ist jetzt doch auch mit 4% nach international vergleichbaren Zahlen nicht allzu hoch. Du hast aber noch über die Geldmengen reden, gell? Also das ist dir wichtig, weil wir uns natürlich auch vorhin noch ein paar Minuten unterhalten, über die BOMO durchgehen. Und du hast gesagt, unbedingt, ich will noch über die Geldmengen reden. Bin ich nicht überrascht, aber sag schnell, weil ich glaube, es ist eine interessante Beobachtung zur Schweizer Geldmenge. Ja, wir haben vorhin schon darüber diskutiert, ob wir jetzt schon quasi auf neutralem Grund sind oder ob die SMB vielleicht sogar schon expansiv ist. Und für das... Und die SMB selber sagt, wenn ich das schnell sage, sie sagen, sie sind jetzt mehr oder weniger neutral. Das hat Thomas Jahr dann heute in der Pressekonferenz gesagt. Was ich spannend finde, wenn man die breiten Geldmengenaggregate anschaut, also M3, das ist nicht die Geldmenge, die die SMB steuert, sondern wirklich das, was auf den Konten und Depots etc. liegt von uns allen. Dann wächst die Geldmenge wieder. Zwar noch sehr moderat, aber sie wächst wieder. Und das ist ja das Resultat nicht vom Zinsschritt heute, sondern von den vergangenen Zinsschritten. Es hat immer so Lags drin, die lang sein können und auch variabel. Und darum, ich glaube, wir sind sicher neutral. Eventuell, je nachdem, wie sich die Geldmengen verändern, werden wir auch merken, dass wir schon wieder expansiv sind. Und da komme ich wieder auf den anderen Punkt zurück, dass ich das Gefühl habe, wir sind nicht in einer Zeit einer normalen, normalisierten Geldpolitik. Und ich finde, das muss man einfach, wenn man sich mit dem Thema befasst, ist der Blick auf die Geldmengen und wie sich die verändern, finde ich super wichtig. Es ist wichtig, sie nicht zu vergessen, wenn man Sachen beurteilt. Aber ich finde es schon lustig, dass du jetzt fast schon suggerierst, dass wir expansiv unterwegs sind. Da bist du wirklich fast die einzige Ökonomin in der Schweiz, die jetzt behaupten würde, dass die Geldpolitik von SMB schon massiv expansiv ist und der Aufwärtsdruck könnte auslösen auf die Inflation. Nein, also massiv expansiv habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, wenn man die Geldmengen anschaut, M3, dann fangen sie sich wieder an auszudehnen, zwar noch, ich sage mal, etwa im Gleichschritt mit der Wirtschaft, aber es ist einfach... Ich bin froh, dass du das sagst, Alexander. Das ist doch so wichtig, das ist ja das Zentrale, wenn man es gerade nachher anbringen wollte. 1,3% Wachstum auf der Geldmenge, das kann man ja nicht so viel Blut interpretieren, muss es immer in Relationsstellen zur Wirtschaft, weil Geldmengen, die müssen wachsen, wenn die Wirtschaft mitwächst, muss auch das Geld mitwachsen. Du sagst das immer mit dem Geld, Kleid und so weiter. Das ist ja die Metapher, die du immer genutzt. Also dementsprechend auch dort, wenn man es vergleicht mit dem Wirtschaftswachstum, ist es völlig okay, wenn die Geldmengen anfangen wieder zu wachsen. Richtig, aber das Resultat haben wir von den letzten Zinssenkungen oder von einer Zeit noch ohne Zinssenkungen. Jetzt haben wir mehrere Zinssenkungen gehabt und ich sage einfach, man muss wachsam bleiben und das im Griff behalten, dass wir nicht in eine schlechte Situation kommen. Und eben Diskussionen momentan, vor allem politisch, gehen häufig dazu, ja müsste die SMB vielleicht noch tiefer die Zinsen senken und das finde ich einfach gegen eben die Situation auf der Geldmengeseite und den langfristigen Erwartungen, die man im Markt sieht, bin ich da einfach sehr kritisch. Ich glaube, was absehbar ist, dass es nochmal einen 25er-Schritt wird gegeben im Dezember. Die Inflationsprognose ist sehr tief. Auf der SMB-Kommunikation ist eines sehr klar heute an der Pressekonferenz, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass so etwas noch gekommen wird. Wir werden es sehen, wie es weitergeht in der Schweiz. Aber lassen wir uns noch über die USA reden. Auch dort ist ja etwas Spezielles passiert. Wir haben ja dort wahnsinnig hohe Zinsen eigentlich für aktuelle Verhältnisse, sagen wir es mal so. Nach 10, 15 Jahren Nullzinsen 5,25% sind die gewesen. Dann haben sie jetzt 0,5% gesenkt auf 4,75% bis 5%. Und das auch dort, weil die Inflation runtergekommen ist. Die haben ja auch 8-9% Inflation gehabt, jetzt noch 2,5% fast beim Ziel. Das Ziel ist 2%. Arbeitsfett, du hast es angeht, hat ein Dual Mandate, die wir nicht nur auf die Inflation schauen, sondern auch auf den Arbeitsmarkt müssen für Vollbeschäftigungssorgen und die Arbeitslosigkeit steigt jetzt eben in der USA. Und da würde es mir wundern, wie du die Zinssenkung einschätzt. Das ist minus 50% Basispunkt. Ich habe die Kommunikation vom Fed, vom Powell sehr gut gefunden. Das hat mich beeindruckt, wie er das gemacht hat, weil so historisch gesagt, der Zinsschritt von 0,5% das hat man, früher ist das eigentlich nur passierte Krise. Und dann ist wie Gefahr, dass wenn man mit so einem grossen Zinsschritt kommt, das merkt, statt dass sie sich darüber freuen, dass sie in Panik verfallen und sagen, oh Gott, das Fed ist behind the curve, sie mussten so einen grossen Schritt machen, es kommt in absolute Krise. Wie war es bei dir, bevor ich angefangen zu sprechen? Du warst auch schon in Panik. Nein, nein, gar nicht. Gar nicht, aber wir sind ja auch Daytraders, die auf solche Sachen reagieren. Du bist nördlich dran. Du hast natürlich gewusst, dass 50 Euro kommen können, ohne dass es ein Panik-Signal ist. Aber ja, für das noch weiter rausgegangen. Ich glaube, die Kommunikation war sehr gut, dass er gesagt hat, es ist nicht so, dass wir das machen müssen, weil die Situation so schlecht wäre, sondern die Inflationszahlen sind so gut, dass sie uns diesen Schritt erlauben. und ich habe das Gefühl, dass die Trifft für die Kommunikation ist gut gewesen, weil sie aus meiner Sicht auch zutrifft. Die Inflationszahlen, so wie wir sie sehen, die sind relativ gut, die Zinsen sind noch relativ hoch, man kann den Zinsschritt machen, die Arbeitslosigkeit hat gezeigt, dass die Wirtschaft nicht super geht und darum aus meiner Sicht, das hat inhaltlich Sinn gemacht und ist kommunikativ gut begründet gewesen. Ich finde das ein spannender Case gefunden, aber sicher eine gute Entscheidung. Wie ist es dir gegangen, Fabio? Ich habe es eine gute Entscheidung gefunden, ich denke, dass es richtig ist, es so zu machen. Sie sagen ja selber, sie werden erst bei 3% Leitzinsneutral. Wir haben vorhin über die Schweiz gesprochen und gesagt, die Schweiz ist mit 1% Leitzinsneutral, dann wird die Bremse noch beschleunigen. In den USA ist das eher bei 3% der Fall, jetzt sind sie bei 4,75%. Das heisst, sie bremsen immer noch, obwohl die Inflation praktisch beim Ziel drin ist. Und da sehe ich einfach ein bisschen das Problem auf uns zugekommen. Das wird noch ein Jahr gehen, bis man bei 3% unten ist, mindestens, oder vielleicht sogar noch länger. Und dann geht es auch noch einmal ein, zwei Jahre, bis die ganze Bremswirkung dann aus dem System raus ist. Das ist das, was wir wissen, was du vorher auch schon gesagt hast, Long and Variable Legs, also Zentralbankpolitik, wird nicht einfach von heute auf morgen neutral, weil wir beim neutralen Zins sind. Das heisst, sehr viel Restriktionsgrad im Moment in der Wirtschaft drin. Ja, ich bin im Prinzip einverstanden mit dem, was du sagst, aber wie restriktiv das wirklich wirkt, bin ich nicht ganz sicher. Oder vielleicht schnell langfristig, was ich noch spannend finde, im Vergleich zu der Schweiz, haben wir in den USA Zinsen etwa bei 3%, was die Leute vom Fed erwartet, und die Inflation etwa bei 2%. Also dort haben wir eine langfristige Situation, genau mit einem positiven Realzins. Also was ich würde sagen, ist, irgendwie kann eine normale Situation sein, vielleicht das noch schnell im Gegensatz zur Schweiz, oder? Ja, aber sie haben natürlich einen höheren Realzins, weil sie mehr Potenzialwachstum haben, weil sie innovativer sind, weil sie einen besseren Arbeitsmarkt haben, weil sie bessere Universitäten Ja, aber in der Schweiz haben wir also nicht negative Produktivität, wir sind vielleicht nicht ganz so innovativ und so viele Unicorns wie in den USA, aber also, sonst müssten wir uns echt gröbere Sorgen machen. Wenn Produktivität negativ wäre, wäre es das Problem. Genau, genau. Oder auch hier wieder, ich komme wieder mit den Geldmengen, wenn man diese anschaut in den USA, die steigen auch wieder moderat, aber sie steigen an. Also, dass man jetzt sagt, wir sind restriktiv und zu restriktiv, bin ich kritisch, aber ich glaube auch, die Inflation ist gut oben runtergekommen und man muss jetzt schauen, dass man nicht zu langsam unterwegs ist mit den Zinssenkungen und unnötigerweise die Wirtschaft zu fest abbremst. da bin ich völlig bei dir. Angst vor der Restriktivität von dieser Politik, gegebenen Geldmengenentwicklung, habe ich jetzt nicht so. Ja, du hast nicht Angst vor dem, weil du nicht Arbeitnehmerin bist in der USA. Das ist ein bisschen, da kann man gut aus der Schweiz heraus sagen, ja, ich glaube, das kommt schon gut und so. Aber wir sehen in der USA etwas ganz Spezielles im Moment, dass die Arbeitslosigkeit relativ schnell steigt. Und es gibt eine Ökonomin, Claudia Sam, die hat einen Reglerentwurf, der historisch immer sehr gut funktioniert hat als Predictor, als Vorhersager von einer Rezession und die sagt, wenn die Arbeitslosigkeit so und so schnell steigt, dann triggere jetzt da meine Regler und sagt, Achtung, in den nächsten sechs Monaten rutschen wir in eine Rezession. Und die Regler von dieser Frau Sam, die hat jetzt aber triggert, weil die Arbeitslosigkeit zwar tief ist, aber sehr schnell ansteigt. Und das ist auch etwas, wo man unbedingt im Auge behalten sollte, denke ich. Also da gebe ich dir völlig recht, aber das Problem aus meiner Sicht sind die tiefen Zinsen und die Inflation vorher. Und das kannst du dann zum Teil fast nicht mehr lösen, ohne dass es zu einer Rezession unter Umständen kommt. Weil wenn es früh noch ist, hast du wieder eine Inflation und dann kommt die Wellenbewegung, die man sicher nicht will. Das stimmt, da gehst du in so ein Stop and Go rein. Das wäre auch so ein bisschen mein Worst Case, ehrlich gesagt. Das Problem, das das Fett natürlich ganz praktisch hat, ist, dass sie auf beides muss schauen. Ich kann nicht wie die SMB einfach sagen, schau, das ist vielleicht blöd, es gibt ein paar Arbeitslose, aber wir müssen das jetzt einfach halt durchdrücken und uns verrecken, auch wenn es eine Rezession gibt, um die Inflation runterzubringen. Nein, sie sind by law oder gesetzlich dazu verpflichtet, um dann irgendwann auf den Arbeitsmarkt zu schauen. Ja klar, die Frage ist, in welchem Ausmass und wie gewichtet man das? Und ich glaube, da ist halt schon eben das Stop and Go wäre echt nicht gut aus meiner Sicht. Und nochmal, das Problem ist, die Politik, die man vorher gemacht hat, und man muss jetzt schauen, dass man das nicht wiederholt. Reden wir noch über Thomas Jordan, er tritt ab Ende September als SMB-Präsident, er war über zwölf Jahre lang SMB-Präsident, er hat den Rekord nicht ganz genackt, aber er ist der längste SMB-Präsident seit den 1930er, auch der zweitlängste SMB-Präsident, ever, eine riesen Legende, natürlich jetzt schon, wirklich auch geldpolitisch praktisch kein Fehler gemacht, muss man sagen, das Preislevel ist um 5,8% gestiegen, das ist wirklich nichts. Das ist im Durchschnitt 0,4% Inflation pro Jahr bei einem Zielband von 0 bis 2%, also erstens mal ist tiptop drinnen, ein bisschen am unteren Rand, okay, und das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist vielleicht, dass er aber jetzt zu konservativ war, ist im Sinne von, er hat es eben nicht geschafft, um die durchschnittliche Inflation bei ungefähr 1% zu stabilisieren, sondern bei 0,4%, mitunter, weil er den Mindestkurs ausgehoben hat 2015, was uns in eine Deflation hineinführt hat, und das ist wirklich, wenn man will, wirklich gemein sein, wäre das der einzige Vorwurf, den man ihm machen könnte. Er ist zu konservativ gewesen, hat dazu geführt, dass die Inflation in der Schweiz zu tief war, und entsprechend über den Fischer-Effekt, den man in der Wissenschaft kennt, auch die Nominalzinsen noch runtergezogen hat. In dem Sinne, wenn man, wie gesagt, böse sein mit ihm, was sie jetzt hier machen, kann man sagen, er ist eigentlich schuld, dass wir Negativzinsen gehabt haben. Das sehe ich ein Stück weit auch so. Ich weiss, es ist steil, ich weiss. Nein, nein, aber ich finde es schon einen guten Punkt. Aber zuerst muss man in dieser Amtzeit, das ist ja nicht die Jahre dann allein, sondern da hat es immer ein Gremium dahinter gehabt, das die Geldpolitik gemacht hat. Das ist ja nicht einfach... Hast du das Gefühl, sie haben wahnsinnig viel zu sagen bei ihm? Ja, wahnsinnig viel, das ist schwierig, aber es ist ein Fluss, das Gremium, das die Politik macht, und das finde ich noch wichtig. Ja, das stimmt, formellerweise schon. Für Erfolg und Misserfolg ist das einfach wichtig auch zu sehen, oder? Und ich finde, die SMB hat eine viel bessere Politik gemacht als FED und die EZB, oder? Wir hatten massiv weniger Inflation als die beiden Währungsregionen, und das finde ich, ist das Ziel völlig erreicht. Du sagst, er ist im unteren Bereich vom Zielband, sehe ich auch so, aber das sehe ich überhaupt nicht als Problem, im Gegenteil. Der Grund, warum wir relativ nah an einer Null-Inflation waren, ist, weil wir viel Deflation aus dem Ausland importiert haben, das heisst, wir konnten günstig einkaufen, weil der Schweizer Frank stark war. Ja, weil man das wollte, weil man den Mindestkurs aufgehoben hat. Darum haben wir eine Deflation importiert. Man hätte den auch mit aller Gewalt durchzeuchen können. Es gibt verschiedenste Forschungen, die sagen, wenn man das glaubwürdig macht, wäre es auch gar nicht so teuer geworden. Das ist eine offene Frage, muss ich zugeben. Ich bin tendenziell auch eher im Lager, der sagt, es ist unter dem Strich nicht so schlecht herausgekommen, dass man ausgestiegen ist. Aber man hätte es durchzeuchen können, wenn man unbedingt die Welle hätte. Und dann hätte man im Durchschnitt auch höhere Inflation gehabt und wahrscheinlich im Durchschnitt auch höhere Zinsen. Ja, aber nochmal, warum? Ich sehe das Problem an dieser relativ tiefen Inflation nicht. Wo ich das Problem sehe, vielleicht kommen wir nachher noch schnell darauf zurück, ist, dass sich unter anderem der Mindestkurs die Bilanz so stark ausgeweitet hat wegen der vielen Interventionen. Dort sehe ich einen Kritikpunkt, den ich über diese Zeit machen würde. Da ist natürlich recht. M0, die ganz enge Geldmenge, also das Geld, das nur die Banken untereinander können, ist um 140% hoch in diesen zwölf Jahren. Das war wirklich eine massive Ausweitung der Bilanz. M1, das Geld, das wir einfach brauchen können im Alltag, das ist um 22% hoch überhaupt nicht besorgniserregend, auch im Gleichschritt quasi wie im nominalen BIP. Ja, aber die Leute haben das schon gemerkt, oder? Die enorm tiefen Zinsen, die Ausweitung dieser Bilanz, das hat Auswirkungen. Die Schweiz ist als Ort, wo man Unternehmen gründet, wo man einwandert, wo man Immobilien kauft, extrem attraktiv gewesen und geworden. Und das sieht man einfach unter anderem mit den Immobilienpreisen, bei der Einwanderung an ganz vielen en Orten. Aber heute sagst du jetzt quasi die tiefen Zinsen, die grosse Bilanz hat zu mehr Zuwanderung geführt. Ist das das, was du sagen willst? Ja, wenn man den Schweizer Franken gegeben, die ohne Interventionen passieren würde, künstlich tief gehalten, dann wird es attraktiv in die Schweiz kommen, Unternehmen zu gründen etc. Es wird auch besser zum Exportieren, logisch. Das ist ja einer der wichtigen Gründe. Mein Punkt ist einfach nur, weil die Inflation deswegen nicht offen ist, kann man nicht sagen, es hat keine Auswirkungen gehabt. Die Politik hat enorme Auswirkungen auf Schweizerinnen und Schweizer. Plus, sie gibt das Risiko von dieser riesigen Bilanz, wo das Risiko bestät immer noch und aus meiner Sicht sollte das eine grosse Priorität sein, dass man die Bilanzen wieder zurückkriegt. Einerseits an und für sich und andererseits weil es politisch immer zu einem riesen Hickhack führt, weil alle um das Geld, das die Bilanzen unter Umständen abwerfen kann, sich um das streiten. Leute wie nie, Leute wie du, aber noch schlimmer sind alle Politiker, von links bis rechts. Ja, das stimmt. Es geht ja immer um die Gewinnausschüttungen, auch das, Thomas Jordan hat ein Haufen Geld ausgeschüttet in all den Jahren, als er Präsident war, etwa 25 Milliarden an Bund und Kanton, 71 Milliarden hat er in seine Reserven gewirtschaftet, damit er mögliche Verluste tragen kann. Was man gesehen hat, es gibt hin und wieder grosse Verluste, hat er auch gemacht, er hat den Rekordverlust gemacht, von Nationalbank Eber, 132 Milliarden, vorletzte Jahr glaube ich, war das. Aber die Ausschüttung ist noch spannend, weil wir hier auch, wenn ihr Vorschläge noch schnell diskutieren können, die wollen ja jetzt, dass die Ausschüttungen nicht mehr in den Bund und Kantonen gehen, sondern direkt an die Bürger, so ein paar Hundert Franken an Weihnachtsgeld, statt dass es über Politik gehen. Die haben die Stellung genommen, den Blick angerufen, ein paar Sätze dazu gesagt, im Blick und du hast das schon kommentiert, auf den heutigen Aufnahmetag, wo wir das diskutieren können. Nein, ich finde den Vorschlag super spannend, was sie gemacht haben, weil die Politisierung von diesen Ausschüttungen, das passiert, weil die Bilanz so gross ist, wenn wir die Bilanz kleiner hätten, hätten wir die Diskussion nicht oder auf einem ganz anderen Niveau, aber gegeben, dass das so ist, finde ich, dass über den Umweg, wie du es gesagt hast, über Politik, das finde ich, macht es extrem mühsam, politisiert die ganze Diskussion und eine Ausschüttung direkt an die Bevölkerung hat aus meiner Sicht sehr viele positive Ansprachen. Also, hast du das Gefühl, dass die SP nicht jedes Jahr hergehen und sagen, jetzt sind die Krankenkassenprämie gestiegen, jetzt müssen die Ausschüttungen steigen, das wird genau gleich verpolitisiert, es wird doch fast noch einfacher, das populistisch aufladen, wenn das ein Weihnachtsgeld ist. Jetzt sind wir mal ehrlich, ausserhalb unserer Bubble und all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern interessiert das kein Schwein, Gewinnausschüttungen. Das merken wir auch, es wird nicht geklickt in den Medien, es interessiert die Leute nicht, aber sobald sie es direkt kriegen, würde es die Leute plötzlich interessieren und die Parteien instrumentalisieren. Nein, das glaube ich nicht. Heute ist das ein Riesenthema, weil Politiker als Teil von ihrem Topf angesehen, den sie verteilen können, für was auch immer, und dann können sagen, wir wollen das für die AAV oder für was auch immer brauchen. Darum hat das politisch so ein Gewicht. Wenn das einfach als unsere Politiker, das würde die ganze Diskussion entschärfen, da habe ich grösseres Vertrauen in die Bevölkerung als in unsere Politiker, dass man das auch kommunikativ gut erklären kann, was da passiert. Ich glaube auch, die Bevölkerung ist nicht so drauf, die würden auch nicht so Druck machen, aber ich glaube auch bei Parteien würden sie. Darum wäre es ein schlechter Vorschlag, auch schlecht zum Ziel erreichen, oder wenn ich das Wissen eigentlich erreichen möchte, weniger politischen Druck auf die Nationalbank. Und das Ziel kann man von mir aus teilen, aber sogar wenn man das Ziel will erreichen, glaube ich, ist es nicht the way to go. Ich glaube, es wäre gescheiden, um einfach die ganze Gewinnausschüttung zu verstetigen, wenn wir nicht alle fünf Jahre darüber reden, was die aktuelle Regel ist, und dann alle drei Jahre noch eine spontane Änderung macht, auch vor SMB-Initiativität Ich glaube, die Variante, die wir dort drin haben, das ist eigentlich das grosse Problem. Ja, also meine Lösung für das Problem wäre, die Bilanz abbauen, und dann ist das eh kein Thema mehr. Möglichst, keine Gewinne mehr machen? Nein, einfach nicht in diesem Umfang, interessiert das gar nicht mehr mehr, weil es politisch kein relevanter Betrag ist, und dann kommen wir aus dieser politisierten Diskussion raus, aber wie gesagt, ich finde den Vorschlag super spannend, aber ich glaube, agree to disagree. Ja, und ich glaube, wir müssen eine ganz eigene Sendung darüber machen, wie wir dann die Bilanz einfach so können verkleinern, aber heute nicht, heute haben wir schon unsere halbe Stunde fast zusammen, einfach sagen, lassen wir es bei dem, danke vielmals, Alexander. Danke dir, Fabio, merci. Und danke auch euch daheim, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr unsere Sendung mögt, könnt ihr unseren Podcast kostenlos abonnieren über den Folgenknopf in eurer Musik-App oder Podcast-App, ihr könnt uns auch bewerten, uns eure Gedanken schicken oder ganz viele Sterne da lassen als Bewertung, machen das gerne, das würde uns wirklich sehr helfen. In dem Sinn, danke für's Einschalten und bis zum nächsten Mal im Podcast von Alexander Janssen und von mir, mein Name ist Fabio Jürgenitsch und das ist Börsenstrasse 15.